Alter, Esplatte 42, Grafikkarte 60, Prozessor 35, am kühlsten. Boah, fick dich. Also meine Grafikkarte und mein Prozessor sind bei Prozessor. Und im Zimmer sind einfach mal 31. Ja, das ist das Problem, mein Zimmer ist in 31 Grad, Mike, und du hast einen Ventilator an, also bläh. Ja, unten wird die Ventilator noch, da wird die Luft nicht kälter. Na komm. Midi, 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 wo ist ein Midi-Pack? Da. Hauptsache, bei mir geht es noch gar nicht los. Midi, 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 Prozessor, Superköln, Diebstöp. Öffne aber euch Tür, ich bin neuerlich durch. No more Exbox, okay. Ich weiß noch, wo ich das Problem hatte. Tür zu, Tür zu, Tür auf, Tür zu, Tür auf, Tür zu, Tür auf, Tür zu, Tür auf, Tür zu. Tür zu, Tür auf, Tür zu. Ich habe von mir auf den Blut geht. Tür zu, Tür auf, 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 Tür auf dann machen aber noch nicht noch alle er ist das nicht nur die gleiche Map wie die wo wir das sein werden der Möcke nicht auch wenn ihr unten ist doch dann die Gruppe lieber hinter mir der Städten das war doch genau so wie die wo wir die mit Prozent der Hälfte der Generatoren um die Brücke zu senken und da kommen dann die Städte der Wellen weil das natürlich sehr laut ist ja nur irgendwie ist das doch die gleiche Map wie das letzte Mal ich hab schon mal einen gestartet jetzt gerade jetzt ja da oben der? ja der ist auch noch nicht an ja doch ich hab mal eben raus ja ok du musst die Ege durchhalten ja hab ich doch es kommt ein Tank zu euch ne egal ich hau ab hola oh hier ist aus ok was du schon an Katana Prozent Loll A einmal werden der Schalter immer weggekickt und sind einfach so wie an wort am Mann moment ich höre einfach mal noch vorbauen voll die dicke verschwendung aber er lebt immer noch ich habe den noch angezündet Dori liegt auf dem Boden dann ja auch gar nichts Boah Alter Können wir mal ein bisschen weniger auf den Sack gehen? Oh 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 was zum... Alter ja ne das eine war nur ein Charter alle außer Mike liegen auf dem Boden ja das heißt ich muss ihn jetzt zertöten glaub ich hab ihn getötet oder? weiß ich nicht Help! hat gerade auch vollgebracht sieht doch gut aus ganz komm schon da unten kommt What the fack? kommt schon wieder einer Ich geh mal zur Brücke lieber, ich verpiss mich Nein, Anni! Da kam gerade noch so ein... Da ist noch einer, deswegen ja Egal, komm What the fack Übrigens da ist noch ein Babypack, gell? Da ist ein Tank Noch einer Oh und der Tank hat mich kaputt gemacht Ich will irgendwer den Tank töten weil sonst sind wir gleich alle im Arsch Ja, fick dich! Ja, fick dich! Tone tötet mal den Tank Ich muss erst mal hier die anderen töten, Alulio Welch die anderen? Da war doch gerade mal ein Dings, der dich da auf den Boden gehauen hat Tone tötet den Tank Ja, woher brennt Volk 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 Wer hat denn bitte auch schon 500 Kalister geschaut? Dich nicht! Dich nicht! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Na ja, vielleicht geht der Versuch mal besser! Jetzt wissen wir, wer wer steht Wow, haben wir hier oben drauf? Was ist mit dem? Mh Nehmen wir uns mal eine Spritze What the fack Komm, ich schmeiß mir einfach direkt ein bisschen Bo-bombe! Bo-bombe! Mh Na, Brück ist ein Medi-Packstern Oh Hey, man kommt hier sogar so halbwegs Ne, ok Halbwegs So, ich hilfe mir ja also von daher Warum geht das bei mir nicht? Ich kann die Dinger nicht starten Oder? Dann wär du ab Oh fuck Hello Okay So Das ist eigentlich ganz cool, dass die Viecher auch hier diese Boomer-Kotze droppen Äh, ok, hier ist bei mir schon wieder ein Tank Nein Och komm schon Zoe Och komm schon Zoe Eeeh War keine gute Idee mit Zoe alleine rumzulaufen Aua Was zum Fick? Ja, da hat mich grad ein Zombie totgeprügelt Geil Was geht denn hier ab und Mimmels Willen? Da sind doch so viele Zombie's hier Also ich weiß auch nicht Irgendwie haben die gerade ein bisschen Bug hier Partys zu machen und so Wie gehst du die Bricke? Ja Ja Was tut das? Könnt ihr mal gucken, ob ihr mich zwischendurch irgendwo wiederbeleben könnt Was bist du denn? Fuck Fuck Oh 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 Woh! Woh! Willst du mich verarschen? Wo bist du? Wo bist du? Du rennst vor mir weg, wirst du mich... Ja, da war grad noch der Tank. Da ist immer noch der Tank. Ja, ich weiß, warum der Tank weg ist. Erstmal so, jetzt. Ja. Mal gucken, stehe ich denn irgendwo? Oh, oh. Ach, leck mich doch. Wo sind die? Da, da, vor dir. Da, vor dir. Ja, ne, ich sehe es über dir. What the fuck, was ist denn das für eine Einstellung grad gewesen? Bring mir nicht sicher, ob ich helfen soll. Äh. Dani, sterbt man nicht. Das wäre nämlich schlecht. Hier oben, Dani. Weil die René und so und Zoe und so liegen auch alle auf dem Boden. Gut. Braves Dani. Nicht so inkompetent. Komm, lass schnell zur Brücke. Oh man, tut das. Oh. Das war schon wieder zum Kotzen. Okay. Leichenfledder. Alter. Das hört sich irgendwie so ein bisschen ekelhaft an. Leichenfledder. Och man. Ich würde sagen, René wird da gerade zerhackschnitzelt, Dani. Ja. Und man kann nichts dagegen tun. Okay. Was? Ach, wir brauchen noch einen Überlebenden auf der Brücke, okay? Ne, sie brauchen mindestens einen auf der Brücke und einen, der den Generator startet. Ihr wollt mich verarschen. Ich war echt zum Kotzen. Warum? Hättest du mal auf mich gehört, Dani? Ja, was? Was kann ich dafür, wenn du dauernd krepierst, ey? Das ist dauernd. Das erste Mal bist du gestorben. Wollte ich nur mal so anmerken. Komm, ich heile mich jetzt erstmal direkt. Dann kann ich mir da drüben bei dem einen Generator ein Midi-Pack abholen. Und dann ist nämlich schon wieder alles gesaved. Muss ich denn da stehen, um das Ding zu starten? Ja, da vorne an dem Kasten. Ah, jetzt geht's. Einmal mit Profis arbeiten. Ey, das sag ich sonst immer. So. Nächster Generator. Hey, da liegt irgendwas. Ein Baseballschläger und eine Rohrbombe. Ich nehm die Rohrbombe. Habt ihr schon alles gestartet? Hä? Wollen wir den nächsten Generator starten? Oder so? Wo ist der? Ja, da drüben. Oh, oh. 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 Okay. Warum? Auf mich. Oh, oh. Ich helfe dir. Vielleicht. Hau. Ach, die nerven mich zu alle. Komm schon, hör doch mal auf mir so auf und sag's drauf zu gehen. Äh, Dani, du wirst da. Ja. Weiß. Ähm. Ach komm schon. Sorry, mach doch irgendwas. Warum nicht die denn alle so im Kopf? Ohh. Das ist schon einig. Wollen wir jetzt den Generator neu starten? Also, starten. Oh, oh. Weil alleine komm ich an den nicht dran. Ja. Ja, warte. Zumindest nicht, wenn hier die ganze Zeit irgendwelche Wellen kommen. Oh, okay. Doch, ich komm an ihn dran. Ich werde sogar rangezogen. Das ist ja mal cool. Ähm, ja. Okay. Ich seh nix. Das ist ja doof. Hallo. Ähm. Okay, komm, lass uns einfach zur Brücke. Nur die hier zu sagen. Aua. What the fuck? Einfach laufen. Ja, ist klar. Alter, nein. Warte mal. Ja, wäre geil, wenn jemand kommen würde. Wäre wirklich geil. Ja. Oh, Alter. Das kann mir doch nicht sagen, dass das so lange, so weit brennt. Da will ich doch echt verarschen. Hm. Kurze, okay. Äh. Moment. Bye. Das war unfair. Warum wird uns jetzt noch nicht angezeigt, wo wir hin müssen. Wir müssen da hoch auf die Leiter jetzt gleich. Ja, das weiß ich auch, warum. Warum wird uns das noch nicht angezeigt? Ja, weil es noch nicht runtergefahren ist. Aber wir können da schon mal hoch... Ah, ne, können wir nicht. Komm, kommts hier hinter. Warum können wir das nicht? Ach, ne, da, okay. Oh. Mike, komm einfach hier hinter. Wo denn hinter? Ja, hierher. Okay. Oder wo man bekommt. Ach, ich lass noch mal die Stärke haben. Wurde vorher oder so kommen bestimmt noch mal so einen Haufen. Kann natürlich sein, ja. Warte, warte. Oh, ich werd hier, okay. In dem Ding gibt's übrigens Monies. Okay, äh, da kommt ein Tank. Wo, was, wo, was? Hinter dir, ne. Oh, da. Ja, über den Zaun. Genau da. Oh, brennt. Oh, oh. Da, wo brennt. Hallo? Hilfe, Hilfe, hi. Hallo? Ja, sorry, ist schon bei dir, okay. Ja, ich bin zu langsam. Ich muss mich gleich erstmal heilen. Ja, was ist bei mir los? Hm, was ist, was? Oh scheiße. Alter, ich geh hoch mit, dass du ganz so bist. Ja, ne, der wollte nur bei mir irgendwie nicht so ganz das, was ich wollte. Was ist das bitte für ein komischer Scheiß? Oh, da ist es da. Ja, Sekunde. Ja, ist klar. Mein Spieler muss hin. Okay, Moment, ich renne da jetzt hin. Öh. Ah, nicht mich anzudenken. Nein, da kommen zwei Tanks. Drei Tanks. Geil. Geiler Scheiß. Ich muss ja schon sagen, echt voll gut. Und so. Ach, die rennen alle auf euch los. Das ist natürlich auch gut zu wissen. Das hätten die mir auch mal vorher sagen können. Dass die gar nicht an mich an wollen. Hä, Dani, ich denke, du bist da oben auf der Brücke. Wie kannst du... Ich bin auf der Brücke, aber die schmeißen ja Felsbrücken auf mich. Oh Mann. Wow, almost dead by mir. Haben wir es geschafft? Ja. Hey. Höchste Opfer. Aber dafür habe ich ein Achievement gekriegt, dass ich mich töten lassen habe. Cool, ne? Sorry, Icy selbst. Oh Mann. Ich glaube, ich hole mir gleich erstmal ein Eis. Irgendwie nerven die Zombies gar nicht schon in einem Untergrund. Weit war aber am meisten los. Gucken wir mal. Lassen wir das mal im Hintergrund laufen. So, jetzt mal ohne Ton. Weil kein Bock. Ist doch schön, oder? Ach, jetzt leckt das. Nein, okay. Dann machen wir doch lieber mit Ton. Bevor diese wunderschöne Schrift anfängt zu lenken. Hat Witsch gestört. Ich zweimal. Yay. Wahnsinn, sorry hat auch 9%. Okay, ich würde sagen, dann war es das. Für diese Aufnahme. Oder so, ne? Schnell, glaube ich, verlassen, bevor es gleich wieder neu gestartet wird. Weil das macht es ja so gerne. Und, äh, ja. Ja, danke fürs Zugucken. Wie gesagt, René, du versuchst das ja dann mit LS nochmal. Und ETS. Also kann sein, dass LS irgendwann wieder funktioniert. Ansonsten, äh, ja. Wäre ich da bestimmt nochmal ein Infovideo zu machen. Oder so. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder wir zocken alle dann ETS. Genau. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.